Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir schauen wieder zur Frauen-WM, denn da geht es nach wie vor weiter. Nach vier Runden stand es 2 zu 2 und ja, gestern gab es dann das erste größere Ereignis. Leitingji spielte mit weiß. Ich gebe euch natürlich wieder drei Aufgaben, über die ihr in Ruhe nachdenken könnt. Haltet dazu gern das Video an, nehmt euch die Zeit, die ihr braucht und dann kommt gern zurück zu mir. Überall ist weiß am Zug. Weiß war wie gesagt Leitingji. Versucht die gleichen Züge für sie zu finden oder vielleicht sogar bessere. Und ja, nun schauen wir die Partie zusammen an. Wie zuvor startete Le mit E4, E5, Springer F3, Springer C6 und nun folgte Läufer C4. Also offenbar sind ihre Ideen gegen die Berliner Mauer ausgeschöpft. Bisher konnte sie da auch mit weiß nicht allzu viel rausholen, deswegen wechselte sie zu italienisch. Grundsätzlich eine schlaue Entscheidung. Juvenjun spielt Springer F6, D3. Läufer C5, Hochhade D6. Bis hierhin ist klar, beide Seiten streben eher ruhiges Spiel an und ja, wollen versuchen, die Gegenseite strategisch zu überspielen. C3 und A5. Das ist eine recht ungewöhnliche Zugfolge, recht selten, obwohl die Varianten mit A5 natürlich momentan sehr in Mode sind. Le antwortete mit Läufer B3, was auch etwas ungewöhnlich ist. Hochhade Tormi 1. Und hier, denke ich, waren vermutlich beide schon mehr oder weniger aus dem Buch. Zumindest kannten sie vermutlich diese exakte Stellung nicht. Und ich glaube, dass es hier recht schlau wäre, Läufer E6 zu spielen. Denn weiß hat bereits Läufer B3 gespielt und möchte somit nun nicht auf E6 schlagen. Denn wenn weiß auf E6 schlägt, wäre das im Prinzip einfach ein Tempoverlust. Aber weiß möchte ja normalerweise diesen Läufer auch nicht abtauschen. Also sollte vermutlich Läufer C2 folgen. Und ja, in diesen Stellungen ist das, glaube ich, grundsätzlich ganz gut, wenn man den Läufer nach C2 zwingt. Aber okay, Schwarz spielte Läufer A7. Auch das ist ein schlechter Zug. Natürlich, es folgte H3, Läufer E6, Läufer C2 und H6. Das verhindert sowohl Springer G5 als auch Läufer G5. Und nun spielte weiß D4. Und aus meiner Sicht ist diese Stellung etwas angenehmer für weiß. Insbesondere, weil Schwarz hier wahrscheinlich einen sehr starken Zug finden muss, um Gegenspiel zu erzeugen. Und der ist vielleicht nicht der Erste, der auf der Liste steht. Zumindest war er für mich nicht ganz offensichtlich und Juven Jun hat ihn auch nicht gefunden. Schwarz sollte hier D5 spielen. An sich ist es natürlich ein sehr logischer Zug in diesen Strukturen. Das Problem ist, dass man einen Doppelbauern auf C6 zulässt. Und vielleicht fragen sich manche von euch auch, okay, warum kann man denn nicht auf E6 schlagen? Dann hat ja weiß das Läuferpaar in einer recht offenen Stellung. Ja, hier ist das Problem, dass nach F schlägt E6 Läufer E3 der Läufer direkt abgetauscht werden muss. Weil vielleicht kurz ansonsten die offene F-Linie in Kombination mit dem Läufer auf A7 einfach sehr gefährlich ist. Also Läufer E3 und hier hat schwarze D4 und nach C schlägt D4, Springer schlägt D4, stehen die schwarzen Figuren sehr aktiv. Der Bauer auf E6 ist etwas schwach, aber ich denke, die schwarze Aktivität gleicht das auch, gleicht das aus. Und ja, weiß hat hier nichts erreicht. Deshalb Springer schlägt C6 ist logischer und hier nach E5 Springer E4 kann auch wieder Läufer E3 folgen. Und ich denke, nun sollte schwarze mit F5 diesen Springer auf E4 festigen. Vermutlich nimmt weiß auf F6 und nach Dame F6. Hat schwarze wieder ganz gutes Gegenspiel gegen den F2-Bauern. Ja, weiß hat die etwas bessere Struktur, aber dieser Doppelbauer ist auch nicht so leicht auszunutzen. Also die Stellung ist wahrscheinlich ungefähr ausgeglichen. Stattdessen folgt aber Läufer D7 und der ist etwas passiv. Läufer E3, Springer E5 und Springer D2. Bis hierhin spielt Lay sehr vernünftig. Sie entwickelt einfach in Ruhe die Figuren. C5, Springer F3. Und hier ist, glaube ich, tatsächlich der nächste kritische Moment für Schwarz, in dem es nicht so einfach ist, eine gute Fortsetzung zu finden. Nach einiger Analyse kam ich zu dem Schluss, dass wahrscheinlich A4 der beste Zug ist. Insbesondere, um einfach weißes A4 zu verhindern. Hier könnte weiß auf E5 schlagen und Springer C4 spielen. Aber nun, nach Dame C7 möchte Schwarz eventuell mit B5 fortsetzen. Und nach Dame D6 schlägt B5. Kann weiß zwar C4 spielen. Aber in dieser Stellung, ja, steht weiß besser. Aber die Frage ist, wie viel ist es? Natürlich ist der Läufer auf A7 schlecht. Und der Springer kommt nicht so leicht nach D4. Aber vielleicht ist die Stellung haltbar. Warum gefällt mir B5 zum Beispiel nicht? Denn das wäre ja logisch. Das lässt den Springer gar nicht erst nach C4. Das Problem ist, dass hier direkt A4 kommt. Und jetzt hat Schwarz wieder das Problem. Man kann natürlich C4 spielen, aber dann kann weiß B5 schlagen. Und wir haben so zwei vereinzelte Bauern. Nach B4 ist wieder das Feld C4 schwach. Und hier kommt noch dazu, dass auch diese ganze Diagonale schwach ist. Der Läufer auf A7 steht schlecht. Und der Bau auf A5 kann auch irgendwann mal angreifbar werden, wenn der Springer sich da in die Richtung bewegt. In der Partie folgte Läufer C6. Also Schwarz entschied sich hier einfach keinen Bauern am Damenflügel zu ziehen. Aber jetzt nach Springer E5, D, E5, A4, Dame E7, Dame E2 sieht man, dass die weißen Felder am Damenflügel sehr schwach sind. Und es macht einen großen Unterschied, ob dieser Bauer auf C3 steht oder eben auf C5. Denn auf C5 kontrolliert er keine besonders guten Felder, während er auf C3 natürlich B4 und D4 kontrolliert. Zu dieser Art Struktur habe ich übrigens auch bereits ein Video hochgeladen letzte Woche zur symmetrischen Bauernstruktur. Das passt da tatsächlich sehr gut dazu. Aber hier haben wir jetzt noch ein weiteres Beispiel, wie man solche Strukturen spielt. Sehr, sehr gut gemacht, Lee. Ja, es folgte Turm F, D8, Turm E, D1 und Läufer B8. Ja, Schwarz muss irgendwie versuchen, diesen Läufer zu aktivieren. Dame C4, nun hängt natürlich der B6, äh, der C5 und nach B6 folgte B4. Und wieder haben wir einen kritischen Moment für Schwarz. Denn hier hängt natürlich der Bauer auf C5 und die Frage ist, wie sollte man reagieren? C schlägt B4 geht natürlich gar nicht, denn der Läufer hängt. Was bleibt also? Entweder den Bauern auf C5 abgeben oder A schlägt B4. Und vermutlich wäre Läufer B7 hier am besten gewesen, denn nach B schlägt C5, B schlägt C5 sollte Weiß vermutlich nicht nehmen. Denn wie immer man nimmt, bekommt Schwarz gutes Gegenspiel auf der C-Linie. Und wenn man es hier schafft, auch noch den C3-Bauern zu gewinnen mit Schwarz oder zurück zu gewinnen, dann hat man vermutlich alle Probleme gelöst. Ich kann aber verstehen, dass Schwarz hier auf B4 geschlagen hat, vielleicht in der Hoffnung, dass die Stellung sehr solide ist und vielleicht hat sie das Bauernopfer auch einfach nicht richtig eingeschätzt. Es folgte Läufer D6 und B5, Läufer D7. Und wieder kann man sehen, Weiß steht einfach viel aktiver. Das Feld D5 ist schwach. Natürlich ist D4 auch schwach, aber es ist leichter vorstellbar, wie eine weiße Figur nach D5 kommt, als welche schwarze Figur nach D4 kommt. Außerdem hat Weiß hier langfristig immer Ideen, mit A5 einen Freibauern zu schaffen. Es folgte Dame C3, Läufer E6 und Springer C4. Schwarz entschied sich nun, diesen Springer rauszuschlagen. Denn wie soll man langfristig den B6-Bauern decken und auch A5 B6 noch verhindern? Und nun macht sich der Springer auf den Weg nach D4. Das sieht Weiß, spielt erstmal Läufer B3 und nach Springer C7 warme C2. Nun folgte Springer E6 und hier gefällt mir ganz gut, was Weiß gemacht hat, denn sie spielte erst Läufer D5. Als erstes stellt sie Schwarz vor die Wahl, wo soll denn dieser A8-Turm hin? Schwarz entschied sich, den nach B8 zu stellen, was im Übrigen vielleicht nicht das optimale Feld ist. Denn nach Läufer schlägt E6, Dame schlägt E6, würde sich der Turm vermutlich wünschen, auf A8 zu stehen. Ja, hier folgte D5 und Läufer E7. Und hier können wir auch nochmal kurz die Stellung anschauen, um einfach zu verstehen, was ist hier passiert. Das Material ist ausgeglichen, aber die schwarzen Bauern sind zu einem Großteil auf schwarzen Feldern festgelegt. Dazu hat Weiß bereits die Kontrolle über die D-Linie übernommen, indem man diesen Turm auf D5 geparkt hat. Diese Stellung ist sehr, sehr unangenehm für Schwarz und sehr passiv. Und ja, zu diesem Zeitpunkt würde ich mir kein Urteil erlauben, wie die Einschätzung ist, also ob Schwarz das halten kann oder nicht. Aber praktisch ist das eine unglaublich schwierige Stellung. Es folgte Turm D1. Okay, Schwarz hat hier einen Turm abgetauscht, aber der nächste landet auf D5 und es wird nicht wirklich besser. Nun folgte Turm A8 und hier hat Lä aus meiner Sicht auch einen sehr hübschen Plan gefunden, denn sie spielte hier Läufer D2. Der Läufer hat auf E3 natürlich nicht allzu viel zu tun, da der C5-Bauer sehr gut verteidigt ist vom B6-Bauern. Deshalb geht der Läufer nun nach C3 und greift E5 an. Ja, und hier passiert auch wieder was ganz Lustiges. Also der Computer sagt, nach Läufer F8 hat Schwarz fast gar keine Probleme und Weiß sollte wahrscheinlich auch so spielen wie zuvor. Auch hier wird Weiß langfristig versuchen mit G3-F4 fortzusetzen, aber das ist vielleicht nicht ganz einfach. Stattdessen spielte Schwarz König F8, was offenbar ein recht grober Fehler ist, wegen genau der gleichen Fortsetzung. F3-Dame B6. Ja, der große Nachteil ist aus meiner Sicht in dieser Stellung, dass eben Turm D8 Schacht droht. Und ich würde hier vermutlich König F7 bevorzugen. Das Problem ist, dass nun die Dame gar nicht mehr ziehen kann. Denn dann würde es immer irgendwelche Abzüge mit dem Turm geben. Und ich dachte, vielleicht sollte Schwarz G5 spielen und nach G3-H5 und jetzt mehr oder weniger hoffen, dass Weiß keinen Durchbruch hat. Ich habe hier zumindest keinen direkten Plan für Weiß gesehen zu gewinnen, aber Weiß hat natürlich alle Zeit der Welt, hier irgendwelche Ideen vorzubereiten. Und ich würde nicht darauf setzen, dass diese Stellung Kremie wird. Stattdessen folgte Dame C8, Dame C4 und Dame E8 und nun G3. Läufer F8 spielt das auch sehr ruhig. Sie versucht nicht direkt irgendwie durchzubrechen, sondern sie verbessert langsam ihre Stellung. Auch für Schwarz ist das sehr unangenehm, denn guckt euch mal an, wie Schwarz jetzt weiterspielt. Sie spielt wieder Dame C8. Okay, König G2. Und wieder Dame E8. Schwarz hat einfach gar keinen Plan. Hier folgte H4 und nun folgte H5. Der wurde von Kostinjuck ja recht harsch kritisiert. Sie sagte in der Live-Übertragung, das ist der Zug, den man niemals spielen möchte. Und vermutlich hat sie tatsächlich recht. Allerdings ist das in der praktischen Partie natürlich nicht ganz so einfach. Die Frage ist, möchte man langfristig zulassen, dass Weiß H5 spielt? Man kann hier natürlich abwarten. Aber der analoge Plan zur Partie ist hier tatsächlich nicht so effektiv. Denn nach Läufer D2, zum Beispiel Turm A8 und F4, ist es hilfreich für Schwarz, dass diese Bauern eben noch so weit hinten stehen. Denn dadurch ist der schwarze König etwas weniger geschwächt. Wir schauen aber, was in der Partie passiert ist. Hier folgte H5 und ja, diese Stellung habe ich euch auch als Aufgabe gegeben, um den richtigen Plan zu finden. Das habe ich eben aber schon verraten. Denn nach Läufer D2, Turm B8 folgte F4. Weiß muss irgendwie die Stellung aufbrechen. Jetzt standen im Prinzip alle Figuren optimal. Die Bauernstruktur war so weit, wie es ging, verbessert. Und nun ist es Zeit für F4. Ja, Turm B7 und Dame E2. Und hier kann man jetzt sehen, wo ist das Problem mit dem Bauern auf H5. Der braucht jetzt ständig Schutz. Und Schwarz entschied sich, das mit G6 zu gewährleisten. Denn der hing ja bereits, aber nun E5. Und hier ist es sehr schwer für Schwarz. Nach F schlägt E5 ist wahrscheinlich, Dame schlägt E5 das leichteste. Und nach König G8 hat Weiß viele Möglichkeiten. Aber ich fand tatsächlich eine hübscher als die anderen. Denn Weiß kann hier Turm schlägt C5 spielen. Die Idee ist, dass nach B schlägt C5, Dame D5 der Turm fällt. Und ja, diese beiden Freibauern werden dann natürlich einfach durchlaufen. Insbesondere der A-Bauer wird vermutlich einfach durchlaufen. Turm D7 wäre eine spannendere Angelegenheit aus meiner Sicht. Denn nach Dame F3, Turm D5, Dame D5, Uch, nein, Erstläufer H6. Läufer H6, König G8 und Dame D5, König H7, Läufer E3 kann Schwarz auf E5 nehmen. Und hier muss Weiß tatsächlich sehr akkurat spielen. Und deswegen habe ich euch das auch als Aufgabe gegeben. Weil ich dachte, das ist eine gute Übung. Hier sollte man einfach aufpassen, dass man Schwarz das Leben nicht zu leicht macht. Stellt euch vor, okay, Schwarz verliert diesen E5-Bauern, bekommt aber den Läufer nach C7 und die Dame nach F7. Dann hat man wahrscheinlich die meisten Probleme gelöst. Denn auch der Weiße König ist natürlich nicht allzu sicher. Und es gibt zumindest immer Potenzial für Dauerschachs. Hier kann Schwarz aber eine weitere Schwäche schaffen. Und das ist, ja, ein Freibauer am Damenflügel. Der B-Bauer kann nun weit vorlaufen und Schwarz hat das Problem, dass er sowohl so etwas wie Dame F7 dauerhaft verhindern muss, weil das wahrscheinlich sehr schnell zum Matt führt, wenn dann die Dame auf F7 und der Läufer auf H6 landet. Aber B7, B8 ist eben auch ein großes Problem. Und die schwarzen Bauern stehen noch viel zu weit hinten, um irgendwelches Gegenspiel zu schaffen. Und die Partie wäre hier wohl auch bald vorbei. Stattdessen wählte Juven-Jun Dame A8, aber auch das half nicht. Denn auch hier kam wieder Dame F3. Natürlich möchte Weiß jetzt auf F6 schlagen, deswegen F5. Und nach Turm D7 hat Weiß schon viele Gewinnideen. Nach Turm A7 entschied sie sich einfach, dieses Endspiel zu nehmen. Denn der Bauer auf B6 ist schwach. Und das Hauptproblem für Schwarz ist, auch der König ist schwach. Der Läufer auf E7 steht schlecht. Und wenn sich zum Beispiel A4 und B6 tauschen, dann ist der B5-Freibauer einfach weiter vorne als der C5-Freibauer. Es folgte Turm A4, Turm B7, Turm A8, Turm B6, C4, Turm C6. Ja, hier kann man das sehr schön sehen. Also beide Bauern haben nur noch drei Felder bis zur Umwandlung. Aber der Weiße Bauer hat hier Unterstützung, während der Schwarze momentan einfach hängt und auch nicht gut verteidigt werden kann. Es folgte Läufer D8, B6, Turm A2, aber der Schach stört nicht. Der König möchte sowieso irgendwann ins Zentrum. Turm B2 und Turm C8. Nun geht der Läufer verloren aufgrund der Drohung. Läufer G5 oder Läufer C7. Schwarz kann den einfach nicht verteidigen. Es folgte Turm B3. König E2, Turm B6. Ja, Schwarz hat jetzt Turm gegen Turm und Läufer, aber leider sind noch eine ganze Menge Bauern auf dem Brett und deswegen ist diese Stellung auch nicht haltbar. Nach Turm D8, König E7, Turm C8 folgte Turm E6, König D2, Turm E4. Und nach König C3 geht der C4-Bauer verloren. Es folgte noch König F7, Turm C4. Und nach Turm E8, Turm C7, König F6, Läufer G5. König E5, Turm E7 schlug Schwarz und ich vermute fast, dass der König hier nach D5 gegen Waldschwarz aufgab. Zumindest kam das so in der PGN, die ich gefunden habe. Schwarz hätte auch früher aufgeben können. Das ist ohnehin eine, ja, einfach verloren. Aus meiner Sicht eine sehr starke Partie von Läufer. Irgendwie kam Jun nicht so richtig aus der Eröffnung. Also sie stand von Anfang an unter Druck und konnte die Probleme nie richtig lösen und Läufer konnte ihren Vorteil immer weiter ausbauen. Die sechste Partie ging bereits Remis aus. Damit steht es jetzt nach sechs Runden 3,5 zu 2,5 für die Herausforderin. Am morgigen Tag ziehen die beiden um von Shanghai nach Chongqing. Glaube ich, so heißt das. Dort wird die zweite Hälfte gespielt. Ich bin sehr gespannt, ob Joven Jun dort zurückschlagen kann. Und es wäre auf jeden Fall an der Zeit, sechs Runden Zeit hat sie noch, um den einen Punkt Rückstand aufzuholen. Was glaubt ihr, wird sie es schaffen? Oder kann Lä ihren Vorteil bewahren? Und wem drückt ihr vielleicht die Daumen? Ja, ich hoffe, die Partie hat euch gefallen und ich hoffe auch, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020